Bettina Gabe zugeschaltet aus Rom. Bettina, Draghi ist ja quasi verdammt zum Erfolg angesichts der wirklich massiven, teils aber auch hausgemachten Probleme in Italien. Schafft er es denn diesmal, eine stabilere Regierung zu bilden? Das ist ja die große Hoffnung. Deswegen hat Mattarella auf dieses italienische Ass, als welches er hier ja gilt, der Ex-EZB-Chef, zurückgegriffen. Und Draghi ist es tatsächlich gelungen, viele Parteien einzubinden in das Bündnis, das ihn stützt, von ganz links bis zur rechtspopulistischen Lega. Diese breite Mehrheit soll dafür sorgen, dass selbst wenn es Unbehagen in einzelnen Parteien gibt, also auch möglicherweise Abspaltungen, dass diese Mehrheit dennoch relativ breit ist. Denn die einzigen, die das nicht unterstützen, diesen neuen Versuch, diese Probleme zu lösen und die Regierung zu bilden, sind die rechtsnationalen Fratelli d'Italia. Also insofern, bislang sieht es so aus, als sei das eine breite Mehrheit. Und es ist auch so, dass natürlich eine weitere Regierungskrise in dieser Situation einfach nicht denkbar ist. Und keine der Parteien, die jetzt beteiligt sind, kann sich Wahlen leisten. Also alle sind daran interessiert, dass es nicht zu Wahlen kommt. Auch das ist immer ein guter Klebstoff für italienische Regierungen. Und dennoch, Bettina, ist das natürlich eine Herkulesaufgabe. Durch die Rezession momentan haben rund 420.000 Menschen in Italien ihre Arbeit verloren. Und auch, sind wir ehrlich, die Corona-Impfkampagne, die läuft viel zu langsam in Italien an, genauso wie in Deutschland. Das sind also wirklich gigantische Aufgaben. Wie sind die denn ansatzweise in den Griff zu bekommen für die neue Regierung? Ja, dafür hat Draghi sich einen Trick ausgedacht. Denn es ist weder eine reine Technokratenregierung noch eine Regierung, die auf Parteivertreter setzt, sondern eine Mischung. An die Schnittstellen hat er tatsächlich Technokraten gesetzt, also Experten, die angesehen sind für ihre Expertise. Und die wissen, worum es geht. Aber die müssen natürlich getragen werden von den Parteien im Parlament. Deswegen sind auch auf der anderen Seite eben Parteivertreter als Minister ernannt worden. Und es gibt neue Ministerien, nämlich eines für digitales und technologische Innovation, das einem Technokraten jetzt übertrieben, überschrieben wurde. Und auch ein Tourismusministerium zum Beispiel. Und es gibt eines für die ökologische Wende. Denn ganz wichtig wird es jetzt sein, die Verteilung der EU-Mittel dieser 209 Milliarden, die Italien zukommen aus diesem EU-Hilfsfonds für Corona, die richtig zu organisieren. Und deswegen auch zum Teil diese neuen Ministerien und die vielen Experten an der Spitze. Insofern, das wird die große Aufgabe sein. Und Draghi ist, wenn überhaupt, hier der einzige am politischen Horizont, dem das zugetraut wird in Italien. Vielen Dank.